Ein Erdrutsch hat in der Nacht auf Samstag die Kalankastrasse zwischen Buseno und Rossa GR verschüttet. Rund 300 Kubikmeter Geröll lösten sich. Im Kanton Graubünden kam es auf der Kalankastrasse zu einem Erdrutsch zwischen Buseno und Rossa. Nach starken Regenfällen lösten sich etwa 300 Kubikmeter Geröll. Verletzt wurde niemand. Die Massen fielen schätzungsweise am Freitagabend gegen 23 Uhr aus einer Höhe von rund 200 Metern auf die Straße, sagte Sven Fehler vom kantonalen Tiefbauamt am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kiestone-Sdea. Nach einer Besichtigung und einem Überflug am Samstagvormittag rechneten Experten nicht mit weiteren Abbrüchen. Deswegen konnte am Samstag bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Sobald die Geröllmassen von der Straße entfernt sind, muss diese repariert werden. Laufe alles nach Plan, können die Behörden die Kalankastrasse frühestens am Sonntagabend wieder öffnen. Eine weitere Lagebeurteilung folgt am Sonntagvormittag. Die Abbruchstelle und insbesondere der Fels daneben würden anschließend mit einem Radar überwacht, sagte Fehler weiter.